Die VWC laufen hier mit einem kleinen Spinnenkring herum. Bitte machen Sie freundlicherweise reichlich Gebrauch davon. So, jetzt wird wieder gewoxt. Es stehen sich gegenüber in der Klasse 81 Kilogramm, halb Schwergewicht. In der roten Ecke für Babelsberg, Mejonin. Und in der blauen Ecke für den VWC, René Krause. Dr. Rami Al-Masri. Und schon geht's los. Ringfein. Runde 1. Ringfein. Runde 1. Ringfein. Runde 1. 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 Runde 1 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. 81 Siege Jaroslav Minin. Sie hat es hier wohl erschützt. Das war doch gar nichts. 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 Das war 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 gar nichts. internationalen Turnieren und Vizemittelmeister U17 im Halbschwergewicht. Vereni Krause. Ringswein, Runde 3. 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 Die Kirche ist in der Mitte. Gute, Gute! Gute, 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 Gute! Mann! Ein bisschen Hose! Ja, der ist gut, doch! Bremen weg! Jusik! 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 Und hier das Urteil des Kampfgerichts. Dieser Kampf endet unentschieden.